ein neuer raketenvergleich und zwar die cracker schweifraketen von funke gegen die shell rockets 38 mm das sind kugelkopf raketen anfangen wir jetzt mit diesen shell rockets 38 so jetzt shell rockets kalibre 38 mm zwei stück die sind echt krank die dinge die sind traumhaft wenn es die im discounter gäbe die standzeit ist krank vor allem die haben ja auch nur 20 krank mit treiber können sie vorstellen 50 krank so jetzt von krecker schweifraketen immer zwei stück gleiche kappe funke krecker schweifraketen blaue kappe ja die sind genial ja die sind super muss man echt sagen also respekt so und jetzt funke krecker schweifraketen goldene kappe ja 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 ja